Kirtan, was ist das? Kirtan ist das Singen von Spirituen in Liedern. Kirtan ist das Singen, um sein Herz zu öffnen. Kirtan gehört zu den Praktiken des Bhakti-Yoga, des Yogas der Hingabe. Im engeren Sinne ist Kirtan Mantra singen, insbesondere das Singen von Sanskrit-Mantras. Mantras kann man in der Meditation wiederholen, Mantras kann man am Tag geistig wiederholen, Mantras kann man flüstern, man kann sie laut rezitieren oder man kann sie singen. Mantras singen heißt, Mantras verbinden mit Melodie und mit Rhythmus. Kirtan kann man alleine singen, aber besonders schön ist Kirtan mit vielen Menschen zu singen, dann nennt sich das Sankirtan, gemeinsame Kirtan. Bei Yoga Vidya, in den Yoga Vidya-Seminarhäusern haben wir jeden Morgen und Abend Satsang und während des Satsangs gibt es auch Kirtan. Und bei Yoga Vidya Bad Meinberg haben wir auch häufig Kirtan-Konzerte, wo jemand, der auch besondere Qualität für die Musik hat, der singt dort und leitet das an, manchmal ganze Bands und das ist besonders schön. In Indien sind auch üblich Knaga-Kirtan, das heißt Umzüge, wo Menschen wie in einer Schlange überall hingehen. Es gibt Akanda-Kirtan, das heißt Non-Stop-Kirtan über mehrere Stunden, wo man pausenlos singt. Und es gibt natürlich auch Kirtan nicht nur auf Sanskrit. In Indien sind Mantra-Rezitationen normalerweise auf Sanskrit. Aber Kirtan kann auch in anderen indischen Muttersprachen sein, so wie Hindi oder Braj oder auch Bengali oder in der Sikh-Tradition gibt es eben Kirtan auf Punjabi. Also, was ist Kirtan? Das Singen von Mantras oder auch das Singen religiöser oder spiritueller Lieder vom Herzen, um Gott zu preisen, um sich zu verbinden mit Gott, um Gottes Liebe zu spüren oder der Gottes Liebe Ausdruck zu verschaffen.